dem weitsprung mit hagen das kann ja was werden irgendwo schon wieder weg das geht es geht das geht das ist schön ich will nicht so weit ich will nicht so weit so hier muss ich wieder jetzt muss ich wieder so haben wir wieder gespeichert aber jetzt wieder gespeichert so nein das habe ich nicht gelesen was dort statt war jetzt gerade zu sehr damit beschäftigt nie unbedingt so umher zu fliegen das war denke ich mal nichts nehme ich mit und nein gut gut jetzt war ich gerade so konzentriert dass ich hier nicht schon wieder abstürzt dahin will ich perfekt der weg der weg irgendwas besonderes nein leuchtet nichts nichts leuchtet ihr nix so was ist das denn muss ich mich da jetzt wirklich dran festhalten blubb gibt es nein da gab es nichts besonderes schön 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 die schriftzeichen gefallen mir auch alle oder die ruhen sagen muss man so die ruhen ist erst mal alles brechen hier hier liegen irgendwie überall solche lämpchen rum haben wir gespeichert ich lasse mich raten das wird weit sprung und ich muss dort dran fliegen ich lebe kann ich mich hier so powersprung und speichert so geschafft aber es wird irgendwie ein bisschen neblig kann das sein vorher war es noch ein bisschen klar und jetzt ist irgendwie ein bisschen neblig so jetzt muss ich mich bestimmt daran hängen denke ich jetzt einfach mal so so hoppa powersprung merkt ihr merkt ihr ich kann nur lernen du hast zwei energiekristalle gefunden jetzt kannst du dich zweimal festhaken schön 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 also kann ich mich bis zu dreimal festhaken lernen weil ich drei solche röppchen felder auf der hand habe ok oder kann man das dann noch später erweitern dass das jetzt im prinzip bloß für uns am anfang so ist aber ich mag das hier irgendwie das ist eine atmosphäre zeigte an wie viele möglichkeiten zu zum festhalten ist ok also hoppa und hoppa und fehlgeschlagen weil ich irgendwann stein gekommen bin ich bin nicht so weit ich bin noch nicht so weit ich bin noch nicht so weit hoch gucken will ich dass eine leider sind große leiter ich habe gerade so ein paar sprung ausgeführt und auch nie gemacht jetzt ok hier hinten ist wieder was gefunden ich sag doch ich will überall umher gucken ich habe bestimmt schon 10.000 sachen übersehen die ihr mir dann in die kommentare schreibt schön wo muss ich hin nein schön habsa so hier irgendwas nein schade 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 dt ähm schade fliege ich jetzt schon irgendwie ja ne nein 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 nie richtig zugegriffen na das ist aber unmerkwürdig manchmal ich drückt doch oder muss ich irgendwie da ein bisschen mehr fliegen also höher im prinzip so jetzt sagen komm 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 noch jawohl jawohl geschafft so jetzt gucken wir mal hä strich strich ah von fred wieder was did you ever see any of fred's experiments yourself yes i actually helped him collect samples for his research sometimes to learn about them that's right we found all sorts of things one time we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise, though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special. But I don't know, what happened to them. So, jetzt gucken wir mal. Ah, hier müssen wir wieder rüber springen. Wiii, plump. Nein, nein. Hier dahinter ist auch nichts. Och, menö. Hopps. Nichts Schönes. Eigentlich ist die ganze Umgebung hier wunderschön, aber... Also ich finde es zumindest schön dargestellt. Speichern. Ich sterbe gleich wieder. Wow, sind die Dinger schnell. Warte, nimm mich mit. Nimm mich mit. Ähm. 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 Stehe ich auf den Ding? Nimm mich mit. Plump. Ich bin jetzt einfach mal so eine Solo-Runde mitgeformt. Äh. Gibt es hier was? Nein. Nein. Okay. Gibt es nichts Besonderes. So, wieder speichern. Speichern. Äh. Aha. Okay. Also hier geht es ein bisschen langsamer. Aber langsamer ohne unbedingt aber. Hab ich jetzt gespeichert. Ich hoffe. Weil ich werde bestimmt gleich wieder drauf gehen. So wie ich mich kenne. So, hier ist nichts. Aber es sieht schon sehr schön aus. Lasst einfach die Umgebung ein bisschen auf euch wirken. Ich finde die Umgebung einfach noch schön. Haben sie schön gemacht. Oh. Dunkel? Danke.